Als Lehrperson ist das Internet für Sie bei der Erstellung von Lehrmaterialien ein wichtiger Bestandteil, denn Kolleginnen und Kollegen haben tolle Beispiele, Bilder und Texte online gestellt, die für Sie sehr nützlich sind und die Sie gerne auch verwenden wollen. Kurzum, Sie laden diese herunter und bauen Sie in Ihre neue Lernunterlage ein. Und ganz selbstverständlich veröffentlichen Sie das auch selbst wieder im Internet für andere. Eine gute Sache? Ja, mit in der Regel nur einem gravierenden Problem, dem Urheberrechtsgesetz. Denn auch augenscheinlich freie Unterlagen im Internet unterliegen diesem, und zwar entsprechend den Regelungen im jeweiligen Land. Selbst in Europa kann das sehr schnell unüberschaubar sein, denn es stellt sich unweigerlich schon die Frage, welche Landesregelung für einen gültig ist. Im deutschsprachigen Raum würde eines klar sein, auch augenscheinlich frei zugängliche Materialien unterliegen dem Urheberrechtsschutz und sind dann ohne weitere Angabe nicht verwendbar. Haben Sie keine gesonderten Angaben zur weiteren Nutzung, könnte man nur über die Möglichkeit der Zitation arbeiten. Hier ist aber die Übernahme auf typische Zitationslänge begrenzt. Kurzum, es wird kompliziert und letztendlich auch teuer, denn Freiheits- und Geldstrafen sind möglich. Eine Möglichkeit, um mit Lehr- und Lernmaterialien rechtssicher umgehen zu können, stellen sogenannte Open Educational Resources, kurz OER, dar. Offen steht dabei für kostenfrei, frei verwendbar, druck- und kopierbar, in vielen Fällen auch veränderbar, also bearbeitbar und zu guter Letzt darf es wieder veröffentlicht werden. Darüber hinaus verstehen manche Autorinnen und Autoren auch noch unter offen, dass Open Source Software zum Einsatz kommt, offene Standards verwendet werden und auch Formen des offenen Lernens unterstützt werden. Damit das alles möglich wird, braucht es eine entsprechende Regelung durch die Urheberin oder den Urheber. Damit man das aber nicht immer bilateral schriftlich regeln muss, gibt es die Möglichkeit, dies mittels einer Lizenz generell für alle zu regeln, die die Ressource nutzen möchten. Jetzt habe ich eingangs erwähnt, dass jedes Land eigene gesetzliche Bestimmungen hat und wir selbst in Europa weit entfernt sind von einem einheitlichen Urheberrechtsgesetz. Es braucht also Verträge, die erlauben, Materialien frei zu nutzen. Solche Verträge nennt man auch Lizenzen. Es ist ein großer Fortschritt, dass sich einige Personen dieser Aufgabe gestellt haben und solche weltweit gültigen Lizenzen, die eine offene Nutzung erlauben, zu entwickeln. Die weltweit am meisten verbreiteten Lizenzen dieser Art sind die Creative Commons Lizenzen mit einem speziellen Fokus auf Dokumente, Texte, Videos und auch Lehr- und Lernmaterialien. OER sind also Bildungsressourcen, die unter offenen Lizenzen zur Verfügung gestellt werden. Auch werden gemeinfreie Ressourcen dazu gezählt. Gemeinfrei sind Ressourcen in vielen europäischen Ländern, wenn die Urheberinnen und Urheber schon sehr lange tot sind, meist über 70 Jahre. OER und offene Lizenzen sind daher die Antwort auf die strengen und unterschiedlichen Urheberrechtsregelungen, damit alle Bildungsressourcen nutzen können. Was sind nun Argumente für offene Bildungsressourcen? Sie sind zu 100 Prozent kostenfrei, sind als kostenfrei zugänglich und auch die Nutzung kostet nichts. Offene Lizenzen machen die Nutzungsbedingungen für alle klar. OER können so leicht von vielen gemeinsam erstellt und bearbeitet werden, wodurch neue Formen der Zusammenarbeit gefördert werden. OER sind meist aktuell oder können aktualisiert werden, weil Anpassungen von allen vorgenommen werden dürfen. OER sorgen für Chancengleichheit, denn sie sind zugänglich für alle und sorgen daher auch für viele weitere Entwicklungsmöglichkeiten und Inklusion. OER sind in der Regel auch innovativ und modern, da zumeist mit neuen Technologien gearbeitet wird. OER kann schließlich ganz Unterschiedliches sein. Ein Lehrbuch, eine Präsentation, aber genauso auch ein Bild, ein Video, ein Lernobjekt. Egal ob traditionell, analog oder innovativ digital, offene Bildungsressourcen kennen einfach keine Grenzen.